ja wann denn ja jetzt ja hallo leute und willkommen zurück zu gta-san-andreas-multiplier heute zeigen wir euch noch eine realistische flugzeugabsturz wo ich der pilotspieler und die anderen kollegen sind machen die feuerwehr ja sagt mal hallo leute hallo und dann werden wir mal beginnen das wird gleich so scheiße anhören aber auch egal von andromeda 1 kommen kommen sie haben wir da ja wir haben hier einen kleinen notfall kommen welchen denn ja witzig wir haben treibstoff leck und eins unser triebwerk gebrennt wir alarmieren die feuerwehr verstanden ende ja heiko heiko los heiko ist heute ein bisschen faul ja wir brauchen eine alarmierung ne bringt jetzt nichts wenn wir einfach so mal die tonne und so anmachen und wollten ja ok wo bist du jetzt ich bin bald in ls ok gut dann improvisiere ich jetzt mal ein bisschen oder heiko oh ja heiko du bist ein spacko ok warte 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 jetzt geht mein melder warte 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 muss ich erst auf meinen wecker gehen damit ich den abspielen kann wo bist du jetzt äh ich bin schon auf landeanflug oh mach die pieper aus alter ja kommt noch eine durchsage äh leitstelle san andreas löschzug löschzug flughafenfeuerwehr los santos ähm wir haben ein frachtflugzeug ähm öleck am getriebe kommen wohlmögliche notlandung äh leitstelle san andreas Ende Tathüter ich sehe zwar nichts aber auch egal oh fuck ich kommt löschzug 1 flughafenfeuerwehr kommen nebenstellung am rollfeld 1 kommen verstanden Ende wo bist denn du äh landen von wo aus äh direkt AHHHHH 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 Ich bin schneller wie du Feuer 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 Das brennt ja gar nicht Das brennt ja gar nicht AHHHHH 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 Marcel macht den Motor aus Nein lass das Ding explodieren Los passi macht dir mal ein Heli so ein Kampfhelis Hahahaha FLF 1 von Leitstelle San Andreas komm Leitstelle San Andreas hört Ja wir haben ja wir haben Brand unter Kontrolle beginnt mit Nachlöscharbeit und komm Oh 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 Geiler Geiler Ansatz 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 Ihr habt ja Ahnt Das ist ja jetzt explodiert Du kannst die Aufnahme beenden Denken Scheiße Wer hat das scheiß Ding in den Luft gejagt Das war Passi mit gegen ner Knarre wieder Ja Scheiße ey Lösch Zug 1 Flughafen Feuerwehr San Andreas von Leitstelle San Andreas Komm Körd 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 Wir gehen jetzt ein Saub Körd 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 Ja, das war jetzt ein kurzer Part, aber auch egal, ich hoffe, das hat euch gefallen mit den beziehenden Szenen und so. Wir sehen uns im nächsten, ciao. Tschüss, ciao. Alter, ihr seid voll die Hohen...